I put the packet on the glass, which glass, the little glass Hey du, wollen wir Freunde sein? Ähm, wie viele Chars hast du schon geklärt? Zwölf Ich schon 28, etwas cringe, Messi oder Neymar? Ähm, eigentlich mag ich nur Ronaldo, er ist der Goat Süß War ne Fangfrage Hast du bestanden? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich glaub Wasser Pfui Spaß Red Bull Ich dachte schon, dein Lieblingsstreamer in 3, 2, 1 Montor oder Trimax, es gibt keinen klaren Gewinner Du, du bist es Sind wir jetzt Freunde? Wenn wir jetzt in die Bushaltestelle gehen und Vapes rauchen? Dann ja Welchen Geschmack willst du haben?